Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video stellen wir Ihnen unseren Abholservice vor. Nach Absprache mit dem Ordnungsamt und unter strenger Einhaltung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist es uns gelungen, ein Konzept zu entwickeln, mit dem Sie weiterhin bei uns einkaufen können. Sie erreichen uns via Onlineportal, via Telefon oder via Skype. Alles, was Sie hierfür benötigen, ist ein Computer oder ein Tablet oder ein Telefon. Wir helfen Ihnen aber auch weiter, wenn Sie uns einen klassischen Brief schreiben. Kommen Sie, ich zeige Ihnen unsere Internetseite www.holz-porzellan.de. Auf unserer Internetseite können Sie ganz bequem von zu Hause aus unser Sortiment durchstöbern. Dort finden Sie Detailinformationen, Videos und vieles mehr zu unseren Produkten. Weitere Beratungen erhalten Sie bei uns telefonisch oder per Skype, ganz als wären Sie bei uns im Laden. Bezahlen können Sie Ihre Bestellung per PayPal, mit Vorkasse oder bei Abholung. Bei Zahlung mit PayPal oder Vorkasse haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, sich die Ware ganz bequem nach Hause liefern zu lassen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall Versandkosten anfallen können. Ansonsten können Sie Ihre Ware bei uns im Werksverkauf abholen und kontaktlos mit EC-Karte bezahlen. Wir haben für Sie einen Ausgabebereich mit einer Plexiglasscheibe gemäß der Corona-Schutzverordnung angebracht. Bitte beachten Sie die amtlichen Hygienevorschriften zur Prävention einer möglichen Ansteckung mit Covid-19. Das bedeutet, kommen Sie bestenfalls allein, tragen Sie soweit möglich Schutzmaske und Handschuhe und halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Kunden. Selbstverständlich stellen wir Ihnen Desinfektionsmittel bereit. Und falls Sie immer noch offene Fragen haben sollten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. In diesem Sinne, Tschüss, bleiben Sie gesund!